Aber ich würde jetzt vorschlagen, alle, die ich jetzt nicht begrüßt habe, die begrüßen jetzt musikalisch die Amorbacher Klostersänger. Applaus Nicht Paris, erst recht nicht Wien, wir sind so gerne hier zu Gast, Herr Bürgermeister, ganz Europa kommt, Herr Bürgermeister, Mittelpunkt ist heute Freizügigkeit, Jürgen, 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 Jürgen. Du Nabel der EU Applaus Er darfst du grüßt, das nennt man moderieren Und wenn es hängt, muss er improvisieren Wir begrüßen ihn, den Sitzungspräsident Ein Bild von Mann, der diese Sitzung lenkt Bernd Händel steht seinen Mann Ja, meist sitzt er ja rum Denn fränkische Nächte sind lang Wenn die alten Herren nicht müde werden Herz fangen sie ganz langsam an Aber nicht mit uns Aber dann Dann kommen die Amorbacher Aber dann Weil wenn's woanders nur rumeiern Sind wir in Franken Fasnacht feiern Und noch einer ist zu grüßen Kam aus München, angereist Bienenfreund wird er geheißen Klimaretter, grüner Geist Bienenfreund wird er geheißen Klimaretter, grüner Geist Doch der Saulus war zum Paulus Und er sagt, ich kann auch nicht Wir begrüßen Markus Söder Herr Minister, Präsident Kohleküller, Krisenware Grüne, das ist euer End Selbst mit Brüssel macht der Frieden Bayern setzt auf die EU Kein Genaure mehr aus München Ist das noch die CSU Und Franz Jose Wo im Himmel Sieht sein Erbe Ruiniert Friedenstrauben Überm Landtag Das wär ihm niemals passiert So wie damals Merkt die Messer Wenn er alle Maseriert Wenn er alle Maseriert Wenn er alle Maseriert Ja, wir bedanken uns für die Eröffnungslieder bei den Amorbacher Klostersänger mit ihrem musikalischen Leiter Wolfgang Jach. Und Sie kriegen das erste dreifach Donner der Franken. Amorbach. Ja. Franken. Ja. Genug gegrüßt. Besinnt euch, Brüder. Wir sind hier für die Kirchenlieder. Segne du Maria, segne mich dein Kind. Ahaha. 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 Oh yeah. Männer regieren die Kirche. So lautet Gottes Plan. Doch den Zweifeln im Frankenland. Jetzt viele Frauen an. Maria 2.0. Ihr bösen Frauen. Ahaha. Was fällt euch ein? Denn für den Kirchenputz seid ihr der Kirchennutzt. Maria 2.0. Frau Schmeige in der Gemeinde hat Paulus einst gesagt. Hätt er fränkische Frauen gekannt. Hätt er das nie gewagt. Maria 2.0. Ihr bösen Frauen. Ahaha. Was fällt euch ein? Denn für den Kirchenputz seid ihr der Kirchennutzt. Maria 2.0. Maria 2.0. Maria 2.0. Maria 2.0. Hey Brüder. Angst vor Frauen. Wir haben Angst vor Frauen. So große Angst vor Frauen. Denn sie sind schön und so verehrlich anzuschauen. Wo haben wir Angst vor Frauen. Unendlich Angst vor Frauen. Weil wir uns gar nicht richtig hinzuschauen trauen. Aus dieser Angst vor Frauen. Aus dieser Angst vor Frauen. Da bleiben wir im Kloster. Da kriegt ihr uns nie. Und sie sind wie sie. I am the mother of mercy and of love Oh, Maria Alleluia Our life, our sweetness here below Oh, Maria Our hope in sorrow and hope Oh, Maria Triumph on each other Sing with us, each other Have a land of peace on the rim Salve, Salve Salve Regina Salve Regina Salve Regina Salve Regina Ask God Say you will Ah! Ah! Say that you will! Say that you will! Say you will! Now wait a minute! Alright, who was that? You know you make me wanna shout! You know what I said? You know what I said. What you'll be wrong.